Auch die schönste Schiffsreise hat mal ein Ende. Für Rosi und Rolf Martini geht's bald nach Hause. Aber ihr ganzes schweres Gepäck, wie sollen sie das bloß schleppen? Puh! Rosi hat aber eine rettende Idee. Tefra ist an ihrer Seite. Genau wie Rosi können Sie uns mit dem Tefra Abreise-Gepäckschein direkt auf dem Schiff buchen und wir übernehmen Ihren Gepäcktransport. Inklusive 1500 Euro Gepäckversicherung. Sie können bequem das Schiff verlassen. Dann kümmern wir uns komplett um Ihre Gepäckstücke. Nach einem erholsamen Urlaub bringt Tefra Ihre Koffer zurück bis an Ihre Wohnungstür. So bequem war Reisen noch nie. Tefra – Ihr persönlicher Gepäckservice.